Yo, hallo zusammen und herzlich willkommen zu der nächsten Folge All The Mods 3. Ich darf leider nicht mehr eine quitschige Stimme einfach machen, deswegen machen wir das Ganze jetzt einfach mal so. Ich habe natürlich euer ganzes Feedback gelesen und vielen lieben Dank dafür. Die erste Folge kam natürlich schon super bei euch an. Super viele Likes gehabt die Folge, also super, mega, geil und krass von euch. Und das Feedback darin war natürlich auch ziemlich cool. Gerade was zum Beispiel Facecam und sowas anging, es gab da ein paar Probleme, die ich selber nach dem Schneiden leider erst gesehen habe. Zum Beispiel, dass ihr Weiler nicht gesehen habt. Aber jetzt könnt ihr Weiler wieder sehen, das heißt, er sitzt hier in der Mitte vom Screen und meine Facecam ist oben. Ich habe sie auch ein bisschen kleiner gemacht. Im Schnittprogramm sah die irgendwie kleiner aus als im fertigen Video dann später. Aber ja, deswegen Facecam ist ein bisschen kleiner, Weiler ist jetzt in der Mitte, das heißt, ihr solltet jetzt wieder alles sehen. Und ich habe die Facecam auch ein bisschen anders gesetzt. Davor war sie ein bisschen höher und hat ein bisschen schräger runter geguckt. Und dadurch war ich immer so drangesessen, irgendwie was ein bisschen komisch aussah. Deswegen habe ich sie jetzt ein bisschen runtergenommen. Ich hoffe mal, das sieht dann auch ein wenig besser aus. Okay, aber ich begrüße euch alle recht herzlich zurück zu Euler Mods 3. Wir sind hier immer noch in diesem wunderbaren Modpack. Und ja, wir haben sehr viele Erze. Ich habe die Maschine hier noch ein bisschen umgebaut, damit sie eben komplett automatisch arbeiten kann. Das heißt, wir haben hier eine Küste, in die Erze kommen. Dann ein Hopper in einen Pull-Riser. Vom Pull-Riser geht es dann in den Redstone Furnace und der legt es wieder in die Kiste. Hier oben ist eine Kiste für den Extra-Output. Und das heißt, hier gehen die Sachen rein. Da ist gerade nur das Cinebar drin. Die anderen Sachen sind alle wieder fertig geschmolzen. Und wir haben... Dadadadadada... Tada! Voll viel Rohstoff eigentlich. Also für den Anfang zumindest schon mal sehr, sehr gut. Und mit dem wollen wir heute natürlich auch direkt arbeiten. Denn das Wichtigste, das es für mich in Minecraft gibt, ist natürlich ein E-System oder Refined Storage System. Ich weiß, viele von euch würden gerne sehen, wie man Refined Storage macht. Aber Refined Storage, es hat seine Vorteile, es hat aber auch viele Nachteile. Und eigentlich ist Refined Storage nur Applied Energistics 1 mit ein paar coolen Zusatzfeatures. Deswegen, wir bleiben, glaube ich, bei Applied Energistics. Vielleicht bauen wir ja auch noch ein Refined Storage-Netwerk, um einfach nur um das mal... Obwohl ich... Ich weiß nicht. Refined Storage ist diese Motiv, wer sie vielleicht nicht kennt. Das heißt, es ist eigentlich wie Applied Energistics 1. Zumindest vom System her. Das heißt, ich kann mir die... Achso, er funktioniert immer noch nicht. Verdammt. Sollte ich vielleicht mal ändern. Wenn wir uns zum Beispiel mal die Crafting-Rezepte für den Prozessor angucken, dann seht ihr, das Ganze ist ziemlich ähnlich, wie es früher war. Das heißt, man hat hier einfach Print Redstone, also Redstone printed und den Circuit selbst. Und auch die ganzen Crafting-Rezepte und sowas, die sind wie es früher bei Applied Energistics war und nicht jetzt etwa so wie bei Applied Energistics 2. Es gibt auch keine Channel, das heißt, ihr seid nicht irgendwie limitiert oder sowas. Aber es gibt eben theoretisch alles, was es da auch gibt. Was nur cool ist daran, ist, dass es hier direkt ein, wo ist es, ein Wireless-Ding gibt. Genau, das sind diese Linger hier, der Network Receiver und Network Transmitter. Und damit könnt ihr eben euer ME-System direkt Wireless bauen, ohne irgendeine Zusatzmodge. Das geht ja bei Applied Energistics immer nicht mit P2P-Termis, aber da geht's. Aber halt nicht mit einem einfachen Block oder so. Deswegen ist das vielleicht ganz cool. Ich weiß noch nicht genau, was wir machen. Wir können einfach mal gucken, was für mehr Rohstoffe haben. Okay, auch wenn ich gesagt habe, wir wollen hier neue Mods benutzen, ich kann mich nicht darum bringen, Applied Energistics nicht zu benutzen. Deswegen benutzen wir Applied Energistics und nicht Refined Storage. Das Autocrafting und sowas ist hier einfach viel cooler und besser gemacht als in der alten Mod. Es gibt viel mehr Möglichkeiten, deswegen bleiben wir erstmal dabei. Vielleicht bauen wir später nochmal um für, ja, irgendwie ein Zusatznetzwerk, wenn wir das brauchen. Dann können wir Refined Storage mit dem Wireless-Ding nehmen. Wäre eine Idee, aber jetzt machen wir erstmal das jetzt. Das heißt, wir fangen, wie man ja schon kennt, immer an mit einem, wo ist er, Energy Acceptor. Den suchen wir uns einfach mal so, denn wir brauchen natürlich erstmal was, das uns irgendwie Energie bringt. Und wir werden wahrscheinlich dann auch eine Windmühle oder sowas, ein Mechanism nehmen für den ersten Strom. Oder vielleicht haben wir sogar eine andere coole Möglichkeit. Müssen wir gleich mal gucken. Aber ansonsten Energy Acceptor, dafür brauchen wir Quarz, Glas und einen Flux-Crystal. Dafür müssen wir erstmal Charizardus-Quarz, einen Nether-Quarz und einen Redstone-Dust zusammenpacken. Wir haben normales Zerdus-Quarz, aber kein Charge. Das heißt, wir bräuchten zuerst noch einen Charger itself, aber der braucht, glaube ich, genau, der braucht schon einen Flux-Crystal. Das heißt, wir kommen nicht darum, nochmal kurz irgendwo hinzugehen und zu farmen, um uns Charizardus-Quarz zu holen. Das brauchen wir nämlich auf jeden Fall. Das wäre natürlich ein bisschen doof, aber dann muss ich das einfach mal ganz kurz machen. Dafür gibt es keinen Zeitraffer, sondern nur einen Cut, den ich hier gleich machen werde. Denn ich arbeite auch gerade daran, das Modpack hier auf den Server zu packen. Es gab nur ein paar Probleme, weil ich das Modpack geupdatet habe und die alte Welt aber noch in der alten Version war. Aber ich denke mal, bis zur übernächsten oder überübernächsten Folge oder so sollte es hoffentlich schon auf dem Server laufen. Und dann werden die Zeitraffer auch cooler, weil ich dann Zeitraffer wieder in einer dritten Person machen kann, wie ich das in Novos oder so früher immer gemacht habe. Und dann ist, glaube ich, alles so gut to go. Unsere Essenswort ist leider immer noch drauf. Das ist ein bisschen doof, aber es sollte nicht so schlimm sein. Gut, Charizardus-Quarz und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, auf der Suche nach Charizardus-Quarz bin ich jetzt gerade auf wieder so ein Tempel hier gestoßen. Und mir wurde gesagt, dass diese Teile hier angeblich eine Kiste beinhalten sollen oder sowas. Oder das ist... Was war das denn? Den kann ich nicht abbauen. Nee. Ups. Das ist ja... Okay. Warte mal, kann ich den oberen abbauen? Oder das hier? Den kann ich abbauen. Weird. Aber cool. Kann ich den abbauen? Den kann ich auch abbauen. Okay. Also wie gesagt, das hat jemand... Oh, habe ich den bekommen? Nein. Es haben ein paar Leute geschrieben, dass bei diesen Dingern hier Kisten drin sind. Ich weiß allerdings nicht, ob jetzt hier auch welche drin sind. Aber bei den Teilen, die über der Erde waren, sollen auf jeden Fall welche sein. Da gucke ich auch nochmal nach, wenn ich gleich zurücklaufe. Das wäre natürlich ziemlich cool. Aber zumindest in den Ecken war nichts. Das heißt, das ist vielleicht schon mal so ein bisschen... Ein bisschen am Bummert. Wenn wir machen, nehmen wir mal eine Facke hin. Aber... Ne, sieht nicht unbedingt danach aus. Aber ich nehme die Sachen trotzdem mal. Mit diesen coolsten... Dann brauchen wir das Crafting später noch. Also gar nicht mal so bad. Und dann komme ich das hin. Oh, jetzt ist der Tenor. Oh! Wie cool ist das denn? What? What? Was ist das denn? Seht ihr das? Ich komme mir gar nicht drauf klar. Was zur Hölle ist das für ein geiles Teil? Emerald-Oar, Coal-Oar. Coal-Oar, Stone, Stone, Lead, Stone, Nether-Iron, Osmium, Saphir, Ender-Cole. Wie lange geht das Ding hier? Weiß das einer von euch? Oh! Das ist ja mega OP. Holy smokes! Also schreibt super gerne mal in die Kommentare, ob man das Ding unendlich benutzen kann. Oder ob das irgendwann kaputt geht. Weil theoretisch... Theoretisch... Wo habe ich den Marvel her? Von da oben. Ähm. Ich könnte einfach einen Mechanical User oder sowas hier hinstellen. Und dann damit das Ding mal automatisch abfarmen lassen. Das wäre eine... Ey, also wenn das funktioniert, das wäre eine super gute Idee. Like, holy maccaroni wäre das gut. Wir machen aber so ein Ding. Wir bauen nie wieder eine Query. Also entweder sind die Teile super selten. Oder... Äh... Ja, entweder sind super selten. Wir hatten gerade super viel Glück. Oder sie gehen irgendwann kaputt. Aber nichtsdestotrotz, ist das eine super krasse Rohstoffquelle. Hm. Ich bin gerade echt am überlegen, ob wir das machen sollten. Ich probiere es einfach mal aus, okay? Warte mal. Ich markiere mir das hier mal eben. Äh... Close. Waypoint. 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 There we go. Äh... Und dann machen wir mal New und nennen das einfach mal Ärzte. Keine Ahnung. Sind ja eigentlich nur Ärzte. Und... Was ich mir dann mache... Ich baue eine Mechanical User oder sowas. Ich hoffe mal, den gibt es ja. Da müssen wir gleich mal gucken. Aber es gibt immer irgendeine Möglichkeit, mit der wir automatisch abbauen können. Wir können ja gleich mal gucken. Mechanical. Gibt es sogar. Mechanical Miner oder Mechanical User. Ich glaube, Miner wäre besser, ne? Ja, auf jeden Fall. Und dann können wir den hier einfach benutzen. Es kann zwar sein, dass der, ähm... Grid Power braucht. Aber die können wir uns super easy erzeugen. Das sollte kein Problem sein. Und dann können wir den einfach hier hinstellen. Und das Ganze abbauen lassen. Vorausgesetzt, er macht das, wenn er es keinen Spieler abbaut. Das kann ja natürlich auch sein, dass, ähm... Es ein Spieler sein muss, der die Blöcke hier abbaut. Aber das probiere ich jetzt einfach mal. Okay, dann gehe ich kurz in die Base zurück und dann sehen wir uns gleich, wenn ich wieder hier bin. Und, äh... Hoffentlich, wenn ich einen Mechanical User gebaut habe. Das wäre pretty nice. Okay, ich bin jetzt auf dem Rückweg hier gerade nochmal an dem anderen, äh... komischen Tempel hier angekommen. Und hier soll es angeblich irgendwo eine Kiste geben. Äh... Ich fahre mich, ob es hier Hinweise drauf gibt. Oh! Das hat der... Ach, das war wahrscheinlich der Eisbrenner. Was ist das? Ach nein, das ist hier ein Ding, das sich hier bei mir rumlegt. Lol. Bei meiner Kamera. Äh... Okay, warte mal. Ich gucke einfach mal. Vielleicht befindet sich hier irgendwo eine Kiste. Ich hoffe, ich... Ich mache es halt schon ein bisschen kaputt jetzt, ne? Aber woher weiß ich denn... Ach, ich hätte jetzt gedacht, hier vielleicht eine Lampe oder sowas. Hm... Das müsst ihr die mal auch mal sagen. Woher weiß ich, in welcher Ecke oder wo hier eine Kiste sein könnte. Und wenn hier eine ist, dann bin ich natürlich gespannt, was da drin ist. Aber... Sieht jetzt gerade nicht so aus, als wäre hier eine, ne? Oder sie ist... Ich weiß nicht. Sehr gut versteckt. Könnte natürlich auch sein. Aber hier ist es auch nichts, wo ich sagen würde, okay... Das sieht anders aus, als in den anderen vier Ecken. Oder? Ne, hier sind überall die gleichen Säulen. Hier sind überall Lampen. An jeder Ecke. Das in der Mitte kann ich auch bauen. Oh, da unten drunter ist noch was. Oh! Floating Crystal. Oh! Wie cool! Oh, wie schön das aussieht hier unten. Howdy. Ich bin gerade so hyped schon wieder, ne? Warte mal, das machen wir wieder. Und das hier? So, das soll wieder schön sein hier. Wie cool ist denn diese Mod? Die macht ja voll die geilen Strukturen. Und hier ist auch eine Kiste. Und diese Marvel-Pillar. Oh, wie cool. Sollte ich den abbauen? Ich glaube, ich lasse ihn mal lieber. Weil ich kenne mich mit der Mod gar nicht aus. Ich kenne ihn auch gar nicht abbauen. Ich brauche eine Diamond-Picklix dafür. Aber ich kenne mich mit der Mod gar nicht aus. Deswegen, wenn ihr wisst, was das ist, dann schreibt super gerne mal in die Kommentare und sagt mir, was ich damit machen kann. Muss ich ihn abbauen oder hier lassen? Brauche ich den für irgendein Ritual oder sowas? Aber wir können natürlich die Kisten printern. Was haben wir hier? Constellation Paper. Okay. Neanderperle. You memorized the drawing of Avaizias. You added a tap to Astral Chome to keep Chagafet. Okay. Okay, okay, okay. Aquamarine und Glowstone. Das haben wir hier drüben, glaube ich, auch mit drin. Gold Ingot. Aquamarine. Glowstone. Eisen habe ich leider nicht. Was nehme ich mal weg? Granit. Knochen nehmen wir auch einfach mal mit. Und wir nehmen dieses Ding mit. Ich glaube, das ist so ein bisschen ähnlich wie... Ja, ich wollte es gerade sagen. Das sieht so ähnlich aus wie Thumbcraft. Auch mit diesen Dinger. Ich meine, das hier sind wahrscheinlich Sternzeichen, oder? Das sind Mondphasen. Und das ist ein Sternzeichen. Vivizo. Vizio. Okay. Das ist cool. Das gefällt mir. Ich nehme trotzdem mal die Marvelpillar hier wieder mit. Und dann gehe ich jetzt hier wieder raus. Das wäre mal echt mega cool. Guck mal, jetzt haben wir vorhin die zwei krassen Strukturen da nicht gefunden. Der eine mit diesem Crystal hier. Und dann noch die andere mit unserem unendlichen Erzvorkommen, das wir da mit drin haben. Okay, aber jetzt. Mechanik im Miner. Und dann können wir hoffentlich da unten so viele Erze farben, wie wir wollen. Okay. Da hier sowieso schon wieder das Kistenchaos beginnt, ist es gar nicht mal so schlecht, dass wir uns beiden im E-System machen wollen. Aber jetzt kümmern wir uns erstmal um den Miner. Dafür brauchen wir einen Dropper. Den Resonating Redstone. Den haben wir sogar schon. Den haben wir bekommen. Dann brauchen wir einen Dropper. Dafür brauchen wir einen Redstone. Wir brauchen ein Eisen, vier Cobblestone und ein bisschen Holz. Ich hoffe mal. Genau, hier hatten wir noch was. Nehmen wir das Holz einfach. Und dann können wir uns zumindest schon mal. Warum wollte ich mir einen Piston machen und keinen Dropper? Okay. Ich sage, ich will einen Dropper machen und tun mir diese Sachen für einen Piston. Das war weird. Okay. So, dann machen wir aber ganz kurz das hier und dann kommt hier ein Redstone rein und dann haben wir einen Dropper ausgezeichnet. Jetzt brauchen wir noch eine Eisen Pickaxe. Dafür brauchen wir nochmal zwei Eisen und Sticks. Die haben wir. Haben wir keine Sticks mehr? Das wäre ein bisschen doof. Aber ja gut. Ne, wir haben wirklich keine mehr. Dann machen wir das und dann können wir uns hier eine Pickaxe machen. There we go. Und dann machen wir zack. Bam. Und dann haben wir den Mechanical Miner. Da ist das gute Ding. Braucht das Ding jetzt GP? Es steht Grid Power dran, aber er macht was. Okay. Das ist natürlich sehr cool. Das heißt, er baut das jetzt hier automatisch ab. Die Frage ist, kann er auch solche Dinge wie zum Beispiel TinEards abbauen? Ja, kann er. Ja, cool. Okay. Dann bräuchten wir jetzt natürlich noch irgendwie so eine Art Item Conread oder so. Item Conread. Item Conreads haben wir nicht. Genau. Wir haben nämlich kein NIO drauf. Aber mir wurde gesagt, ich soll die Sachen von XNet benutzen. Äh, XNet. Vielleicht kann ich die jetzt schon machen. Oh. Oh, aber ich glaube, da muss ich mich erst ein bisschen reinfuchsen. Ich habe XNet nämlich leider noch nie benutzt. Deswegen ist das, glaube ich, nicht ganz so easy dann. Wir könnten natürlich einen Hopper nehmen. Das wäre wahrscheinlich die einfachste Möglichkeit, die wir hätten. Oder eine Transfer Note oder so. Da hinten ist ein Squid gespawnt. Wir machen einfach mal einen Hopper. Äh, ich glaube, wie gesagt, das ist wirklich die einfachste Möglichkeit, die wir dafür haben. Und dann können wir damit fortfahren. Das heißt, wir machen hier uns eine Kiste. Zack. Wir machen uns hier das hier außenrum. Und dann haben wir einen Hopper. Jetzt holen wir noch ein bisschen mehr. Warte, den nehmen wir gleich mit. Ähm. Dann holen wir noch ein bisschen mehr Holz. Und dann können wir uns damit noch mehr Kisten bauen. Und die packen wir dann überall dran, damit er hoffentlich so viel, wie es mir irgendwie geht, abfarmt. Und dann haben wir vielleicht jetzt schon sehr, sehr viele Rohstoffe. Also, ich bin wirklich mal gespannt, ob er aufhört, irgendwann abzufarmen. Also, ob es irgendwann so ein Ende ist. Und ob er überhaupt funktioniert, wenn kein Spieler da ist. Das wäre auch noch eine Sache, die mich brennend interessiert. Aber das sehen wir alles dann. Übrigens, gerne nebenbei, wäre nicht Holzfarben. Ich wollte schon gar nicht die ganze Zeit brennend erzählen. Ähm. Und ich will es auch relativ am Anfang haben. Weil natürlich die Aufmerksamkeit Spannung ein bisschen nachlässt, solange das Video geht. Deswegen gleich am Anfang. Es gibt eine Sache, die ich gerne sagen würde. Oder die ich euch gerne fragen würde. Äh, ich will kein extra Video dazu machen. Deswegen frage ich das einfach mal hier. Und zwar, äh, würde ich gerne anfangen, ein bisschen mehr, ähm, Technik-Sachen, Technik-Sachen auf meinem Kanal zu bringen. Ich sage da jetzt nicht solche Sachen wie Minecraft-Technik. Sondern, ähm, es geht eher um Hardware-Technik und Elektronik und so ein Zeug. Ähm, deshalb, äh, ist an euch die Frage, würde euch sowas interessieren? Denn ich habe mir vor kurzem ein Google Home gekauft. Also ein Google Home Mini. Den Google Home finde ich irgendwie hässlich. Ich finde den Mini viel schöner. Deswegen habe ich mir den gekauft. Und, äh, dazu würde es auch ein Review geben. Frage ist nur, findet ihr das cool? Oder findet ihr das nicht so cool? Er kann auf jeden Fall ein paar coole Dinge auch in Kombination mit anderen Sachen. Deswegen, äh, was kann ich ihm mal sagen lassen? Hey Google, wie spät ist es? Ah, er hat relativ lange gebraucht gerade. Das war mysteriös, aber, ja, solche Dinge kann er da nicht mehr. Es gibt super viele Sachen und ich würde da gerne so ein kleines Review drüber machen. Deswegen gerne in die Kommentare, äh, was ihr dazu sagt oder was ihr dazu meint. Sagt ihr, ich bin Minecraft-Kanal und fangen bitte nicht mit Technikern. Oder sagt ihr, gerne würde ich sehr gerne sehen. Lasst es mich wissen und dann können wir gut to go sein. So, ähm, ich mache mir gerade noch einen zweiten Hopper. Dann können wir uns nämlich sogar, äh, zwei Kisten da hinbauen. Und dann sind wir doppelt good to go. So, Kisten haben wir. Mechanical Miner haben wir. Ich glaube, wir haben alles, oder? Ja. Das sieht ausgezeichnet aus. Okay, dann zurück zu unserer Maldingstation. Hey Google, weiter abspielen. Und so, wir sind wieder am Start und laufen gerade zu unseren Ärzten. Ich habe so einen kleinen Tunnel hochgebaut, der sehr gut funktioniert, was das angeht. Und jetzt können wir uns darum kümmern, das ganze Ding hier aufzubauen. Ich bin sehr gespannt, ob es funktioniert und ich wäre super hyped, wenn es funktioniert. Denn dann haben wir so gesehen eine Query für den Anfang. Wäre natürlich schon ziemlich, ziemlich krass, hups, so. Ähm, und wir müssen dann natürlich gleich auch noch weggehen, um zu gucken, ob er, äh, ja, ob er das Ganze abbaut, wenn ich nicht hier bin. Und wir müssen ihn andersrum aufbauen. Das heißt, wir machen so, so, machen den hier weg. Und dann kommt's, äh, ein Duch hier dran. Zack. Oh, das funktioniert schon. Ah, wie cool das ist. Oh, shit. Das wäre so geil, wenn das geht. Okay, ähm, hups, warte, wir machen das mal ganz kurz so. Wir machen dann hier eine Doppelkiste hin. Und dann kommt da drunter praktisch ein Hopper. Und unter die Kiste kommt nochmal ein Hopper. Und dann leitet er das in diese Kiste hier. Dann haben wir zwei Doppelkisten, die wir füllen können mit irgendwelchen Erzen. Und hier unten kommen dann unsere Erze an. Wie schnell. Ah, nein, das sind gerade die ganzen Sachen, die hier drin sind. Aber guck mal. Iron Nuggets, Uranium, Redstone, Tin, Silver. Kommt der hinterher? Frag ich mich gerade. Das sieht fast so aus. Aber es könnte natürlich auch sein, dass er nicht hinterherkommt. Aber bis jetzt. Doch, er kommt hinterher. Wie geil, bitte. Ey, ihr seid super cool. What? Wie cool. Okay. Aber ich muss, wie gesagt, weggehen, um zu gucken, ob er das Ganze auch ohne mich weitermacht. Weil wir haben jetzt hier... Guckt euch an, was wir jetzt hier drin haben. In ein paar Sekunden oder so. Platinor. Das ist so selten. Dann kriegen wir wieder Iron Nuggets, Emerald, Saphir, Ruby, Redstone, Uranium. Okay, ich muss mal ganz kurz hier aus dem Chunk weggehen. Oder generell aus dem geladenen Ding hier. Und dann gucken wir gleich einfach nochmal zurück. Irgendwie in fünf Minuten oder so. Und schauen, ob er weitergemacht hat. Wir könnten den Chunk natürlich claimen, ne? Das können wir auf jeden Fall tun. Ich meine, welcher war das denn? Da müssen wir jetzt nochmal hin. Das machen wir auf jeden Fall. Denn das ist ja erlaubt, ne? Deswegen können wir das einfach mal benutzen. Oh, das wäre so geil. Das wäre so genial, wenn das funktionieren würde, ne? Und hier liegt auch überall XP. Okay, wir könnten uns sogar einen XP-Hop oder sowas machen. Mit was mache ich das am besten? Hmm, okay. Ich habe den Chunk schon geklappt, aber ich glaube, es gibt nicht wirklich einen Experience-Hopper oder sowas. Es gibt, glaube ich, keinen Open Blocks und es gibt auch keinen In-I-Out. Das heißt, wir könnten sie auch nicht daran speichern. Was natürlich doof wäre. Aber gibt es eine andere Möglichkeit, wie wir das machen könnten? Weil das ist natürlich auch doof, ne? Weil die Sachen natürlich sehr viele Entities spawnen. Egal, wir brüllen es jetzt erstmal aus. Und dann gucken wir in fünf Minuten oder so nochmal. Und in der Zwischenzeit kümmern wir uns um den... Oh, ich wollte eigentlich Zerdosquartz holen, ne? Das wollen wir auch noch. Verdammt, okay. Dann suche ich jetzt Zerdosquartz und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, wir haben genug Zerdosquartz, um uns einen Charger zu bauen. Das heißt, wir können uns jetzt hier Eisen und Flugsquistus. Für Flugsquistus brauchen wir jetzt noch ein bisschen hiervon. Ein bisschen Redstone. Das haben wir hier. Zack. Und das werfen wir einfach an einer Pfütze. Kennt man ja schon das Rezept. Das heißt, zack, zack, zack. Und dann haben wir hier gleich Flugsquistus. There we go. Achtung. Blup. Jawoll. Unnatural Achievement. Sehr cool. Und dann legen wir einen hier rein, einen da rein, ein Eisen hier, ein Eisen da. Und bauen noch ein bisschen mehr Eisen. Leider. Aber das haben wir jetzt zum Glück auch noch. Das heißt, zack, zack. Und dann haben wir so einen Charger. Perfect. Sehr cool. Und mit dem können wir uns jetzt natürlich Sachen charten. Ich glaube, er braucht sogar normale Energie. Also er könnte hiermit gleich funktionieren. Wir machen den mal hier hin. Genau. Er lädt ihn hier gleich auf. Sieht man auch, dass da braucht man wieder Energie. Und jetzt können wir hier eben normale Statusquarts chargen. Und das Coole ist, Charged Statusquarts ist eigentlich immer billiger. Weil ihr die meisten Rezepte auch aus Flugsquistus machen könnt. Und aus Charged Statusquarts bekommt ihr Flugsquistus. Und deswegen ist es immer besser, direkt Charged Statusquarts zu benutzen als normales Statusquarts. Auch wenn man oft denkt, ist es teurer oder es ist seltener. Also seltener ja, aber teurer nicht unbedingt. Und gerade wenn man Pure Crystals benutzt ist, Charged immer ein bisschen besser. Okay. Das heißt, wir wollen jetzt als nächstes den Energy Acceptor haben. Das ist das Ding hier. Da wir brauchen ja auch nochmal einen Flugsquistal. Okay. Das heißt, wir brauchen noch mehr hiervon. Das war ein Stück. Ups, das war eigentlich nochmal. Redstone und Niederquarts. There we go. Sehr cool. Das heißt, du und du. Und dann haben wir gleich nochmal, flupp, ein bisschen Flugsquistals ausgezeichnet. Wir brauchen natürlich noch Quarzdingen dafür. Das heißt, soll ich die jetzt grinden? Pure Crystals können wir jetzt halt noch nicht wirklich machen, weil die sehr viel Zeit brauchen. Aber da müssen wir jetzt wohl erstmal hier mit klarkommen. Das heißt, wir legen mal... Ah nein, die kann ich jetzt nicht grinden, ne? Oh, ein bisschen unlucky, dass ich jetzt die gemacht habe. Verdammt. Äh, aber wir könnten Niederquarts dafür benutzen. Denn die Charged Zerdosquarts-Kristalle, die können wir nicht mehr grinden. Das ist natürlich ein bisschen unlucky. Und Niederquarts haben wir nur zwei. Okay. Das heißt, die brauchen wir jetzt auch nochmal. Wir bräuchten also entweder Niederquarts oder noch mehr Zerdosquarts. Je nachdem, was wir finden. Ha. Jetzt haben wir zwei hier von zwei Charged Quarts. Jetzt hätte ich nicht Niederquarts benutzen sollen. Okay. Wir gehen nochmal ganz kurz was meinen. Okay. Oh boy. Ich habe gerade nach Zerdosquarts gesucht. Bin ein bisschen weiter weg und habe hier irgendeinen Anti-Ghoul-Spawner gefunden. What the hell ist das? Was sind das für Riesen... Oh, der macht aber Damage. Oh boy. Der hat echt ganz schön gut Damage gemacht gerade. Ich habe halt auch keine Fackeln dabei. Das heißt, ich kann da nicht mal ausleuchten oder sowas. Oh nein, es sind da noch mehr gespawned. Nein. Oh Gott. Bitte schieb... Nein, bitte schieb mich nicht hier durch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, er hat ihn rausgeschoben. Warum hat er das gemacht? Ich habe nicht mehr was zu essen dabei. Ich bin da komplett ripped. Oh no. Einfach schnell. Schnell davonlaufen. Okay, das Ding muss ich mir aber markieren. Dann muss ich gleich wieder zurück. Nein. Holy shit. Wo bin ich denn gelandet? Ich glaube, ich habe ein Dorf oder so gefunden. Oh mein Gott. Jetzt habt ihr sogar eine First Reaction mit Facecam. Wie cool ist das denn? Oh. Man, ich wollte eigentlich noch einen Zettosquats holen. Jetzt habe ich ja voll die coolen Sachen gefunden. Aber ich meine, es ist gut. Wir müssen eh irgendwann mal auf eine Erkundungstour gehen, weil wir ja natürlich auch die Platten brauchen für Applied Energistics. Ah, wie cool ist das denn? Das ist sogar so ein Waypoint-Stone. Oh, das ist ja mega cool. Was bist du denn? Crystalizer? Action Edition? Oh, ist das so ein Haus davon? Warte, ich will ja erst irgendwas zu essen haben. Haben wir ja nicht irgendwo richtige Felder? Ja, ein bisschen was. Okay, wenigstens ein paar Karotten. Okay, dann können wir die schon mal essen. Dann kann ich wenigstens regenerieren. Das ist alles, was ich gerade will. Okay, ich hoffe mal, irgendjemand hier hat auch ein Bett für mich übrig, damit ich hier mal kurz pennen kann. Das wäre natürlich super sick. Ah, wie geil ist das denn? Jetzt finden wir einfach ein Haus. Evolve-Kopf-Wang summons the secret magic of Evolve-Imager. Oh, Illager. Sind das nicht die neuen Mobs, die rauskamen? Ich glaube schon. Rubber-Tree-Septic-Emeral-Pickaxe-Modular-Colorizer. Das Ding ist auch super cool. Okay. Iron-Upgraded Rubber-Tit-Iron-Upgraded. Okay. Wie mega geil ist das denn? Bitteschön. Hallo. Ladder-Worker. Hier ist leider keine Kiste. Okay, ich glaube, die heutige Folge wird ganz anders als eigentlich geplant. Also wahrscheinlich doch kein Refined-Canona-Oil. Doch kein, äh, wirkliches... Oh, eine Kaffeemaschine. Ich meine, Kaffee ist leider leer, aber, ne? Crystal Flux. Ach so, das ist, äh, okay. RFA so wahrscheinlich, ne? Coffee Maker. Wir haben sogar Koffee drin. Damit kann man Potions machen übrigens. Das ist super cool. Black Quarz-Oar. Canola Press. Das sind lauter Sachen von Actual Editions, ne? Orange Lamp on. Weaponsmith. Wie geil das ist! Uuuuuh! Ja, hallo! Char-Block Coil. Automatic Atomic Reconstructor. Das Ding ist... Ja, können wir das... Sollen wir das mitnehmen? Oh! Alter, Jackpot! Holy smokes! Energy Laser Array Coil Generator. What? Der ist ja krank! Mein ganzes Inventar ist voll, aber wie krass ist das denn? Warte mal, ich muss hier mal irgendwie... Ich stelle mal kurz zwei Kisten auf und lege hier mal mein ganzes Zeug hier rein. Ich hatte ja noch einen Schnitzel, warum habe ich das nicht gegessen? Äh, mein ganzes Zeug hier rein. Übrigens habe ich auch noch so ein Australis-Ding auf dem Weg irgendwo mittendrin gefunden. Was natürlich super cool ist. Äh, Alter, wie cool! Holy shit, Coil Generator. The block shattered as it tried to break it. Maybe it wasn't sturdy enough to be broken. Oh, ich darf die Sachen wahrscheinlich nicht mitnehmen, oder? Oder muss ich, ähm... Oh... Okay, lass die anderen Sachen lieber mal hier stehen. Es kann natürlich sein, dass wir die nicht mitnehmen dürfen, sondern dass sie hier bleiben müssen, weil die sind halt schon relativ stark. Die ganzen Dinge, die es da jetzt gab. Aber wie cool das einfach ist. Rice Seeds. Was ist hier noch? Ein Kompost? Wie cool! Oh man, ist das cool! Okay. Guck mal, hier ist so ein Waypoint, den können wir jetzt aktivieren. Zack! Und jetzt haben wir hier Waystone. Jetzt haben wir das aktiviert und jetzt können wir uns hierhin teleportieren immer wieder. Das heißt, wir können uns so ein Ding vielleicht sogar zu uns nach Hause stellen. Ähm... Waystone. Können wir uns den einfach bauen? Ja, können wir! Bauen wir einen Warpstone. Emerald für Enderperlen. Könnten wir vielleicht sogar schon machen. Wir bräuchten nur genug Enderperlen. Und dann können wir uns damit immer hin und her teleportieren. Das heißt, wir könnten uns so ein Ding bei uns zu Hause hinstellen. Und dann können wir damit zu den ganzen Dörfern reisen, zu unserer Erzfarm und sowas. Das wäre halt schon super, super cool. Und das Teil hier, das ist sowas, was ich meinte mit... Oh, wie cool ist das denn? Ich hab zwar Angst, ich weiß nicht, was das ist. Was ist das? Abyssalcraft. Oh Gott! Darkstone, Cobblestone, Stair, Monolith... Das singt man ein. Ooze. Ist Ooze nicht sowas wie Schleim? Negarut-Statue. Okay, ich baue es lieber mal nicht ab, dann beschwört bestimmt irgendein Dämon. Aber das Ding war das, was ich meinte mit Terracotta. Das Ding sieht so geil aus. So ein Pavillon. Oh, das ist so schön. Stellt euch mal vor, normalerweise müsste man das alles mit Chis and Bits bauen. Und das würde man niemals so schön hinbekommen. Das ist... Oh Gott, ein Ghoul. Das ist halt echt super cool. Okay. Ich geh mir noch nebenbei ein bisschen weiter erkunden, was wir noch haben. Irgendein komisches Haus mit Block drin. Ich meine, die sind jetzt natürlich nicht so aktiv. Es ist ein bisschen Nacht gerade. Hallo! Okay. Aber andere coole Häuser gibt es gar nicht mehr, ne? Immersive Engineering gibt es, glaube ich, noch. Aber das ist hier anscheinend nicht so ganz vertreten. Das Häuslein. Schade eigentlich. Aber ich meine, es ist schon echt cool. Das Actual Editions Haus, das macht schon natürlich einiges her. Und wir können diese Sachen hier auch nochmal mitnehmen. Hier diesen komischen Wand. Das ist halt auch geil. Summon the Secret Magic of the Evolved Illager. Soll ich ihn einfach mal benutzen? Was ist das denn? War das eine Attacke? Ach ja, das ist so eine Attacke, die der Illager macht oder so, ne? Oder? Ah, muss er fast. Krass. Wie cool. Oh, guck mal. Hier ist noch irgendwas. Wahrscheinlich ein Imko oder so. Okay, den gucken wir uns noch an. Aber dann düsen wir auch wieder weg. Ja, hallo. Wer bist du denn? Jam Guy. Okay, stell mal Marmelade her. Oh, ganz viel Marmelade. Ja, cool. Krass. Oh man, ich bin gerade so überwältigt. Das ist super cool. Kommen wir hier raus? Ne. Hm. Ich bin gerne aber raus. Oh, hä? Wieso kann ich über Zäune hüpfen? Sag, wann geht das denn? Mysteriös. Äh, okay. Ja, das ist ja cool. Eigentlich wollte ich Zellersquats haben, aber jetzt haben wir hier voll die Erkundungstour gemacht. Und die Folge ist auch schon wieder super lang. 50 Minuten jetzt gerade. Ich hoffe mal, die wird jetzt nicht zu lang für euch. Es gab letztes Mal schon so eine XXL-Folge. Ich weiß, ihr mögt das, aber für mich ist das Ganze gar nicht cool, weil mein Internet natürlich super langsam ist. Wenn es nicht so langsam wäre, dann wird es erstens mehr Videos geben und zweitens werden die Videos wahrscheinlich auch länger. Aber das ist natürlich immer doof, weil ich dann irgendwie 10 Stunden hochlade für so ein 20-Minuten-Video. Aber wir wollen hier ja nicht jammern, ne? Deswegen machen wir das einfach mal nicht. Okay, gut. Aber ich würde jetzt an dieser Stelle schon sagen, ja, das war's. Ah, Baby, Zombie! Hilfe! Oh Gott. Ui, 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 ui. Okay, warte mal. Ich muss mich entweder ausloggen oder irgendwo hin. Oh, warte mal. Ich falle einfach mit dem Ding. Ähm, ne, wir gehen. Das ist ein Chicken. Okay, warte. Ich bulle mich jetzt einfach hier irgendwo ein. So, wir machen ein Good Old Vanilla Minecraft. Ah! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Nein! Bitte lass mich in Ruhe. Bitte mach ich nicht kaputt. Oh, ihr seid einer nach dem anderen. Oh, geh kaputt, geh kaputt. Bitte geh kaputt, bitte geh kaputt. Oh! Ich bin der beste Minecraft-Spieler, der nie wirklich immer ausgesehen hat. Gut zusammen einsammeln, einbauen und wir sind good to go. Okay. So, jetzt seht ihr wahrscheinlich nicht viel durch. Jetzt sind meine Augen. Perfekt. Okay, gut. Dann würde ich an dieser Stelle jetzt sagen, das war's zweit von der heutigen Folge Aldermans 3. Wenn's euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder aus oder rein. Habt noch einen wunderschönen Tag. Und bis dann. Tschüss!